Guten Morgen und herzlich willkommen zur Tageskarte für den 18. März 23. Ich bin mal gespannt, was die geistige Welt uns heute mitteilen möchte und welchen Input wir heute bearbeiten dürfen. Das ging ja noch schneller als gestern. So, wir haben für heute den Input der 5 Schwerter bekommen. Die Schwerter deuten sowieso immer auf was Kämpferisches hin, dass man sich halt beweisen muss und auch kämpfen muss. Die Stärke dieser Karte ist halt ein Kämpferherz, dass man nicht aufgibt, sich nicht unterkriegen lässt, egal was einem vor die Füße geworfen wird. Die Chancen sind, überwinden der eigenen Ängste und den Glauben an sich und andere. Was bedeutet, du kannst deine Ängste, deine Ansichten, alles was dich zurückhält, heute mit der Karte bearbeiten und auch überwinden in einem gewissen Maße. Such dir eine Angst raus, die dich am meisten zurückhält, das zu tun, was du machen möchtest und schaue sie dir genau an. Wieso hast du diese Angst? Was verursacht diese Angst? Welche Muster haben zu dieser Angst geführt? Und diese kannst du dann bearbeiten, auflösen und aufheben. Die Schwächen dieser Karte sind halt die inneren Ängste und Egoismus. Also achte immer darauf, dass du nicht zu egoistisch wirst und die Gefahren ist, für etwas zu kämpfen, das es nicht gibt und sich alleine zu fühlen. Weil es heißt ja meistens, Kämpferherzen oder Kämpfer an sich stehen immer auf verlorenen Posten. Dadurch kann eine Einsamkeit einziehen und man verlernt, sich für andere zu öffnen und andere Hilfe anzunehmen. Die Botschaft dieser Karte Wenn du für etwas kämpfst, an das du glaubst, das aber nicht real ist, kann es dich oder andere verletzen. Versuche zuerst, deine inneren Ängste zu überwinden, da diese dich möglicherweise täuschen. Heute ist der perfekte Tag, um Inneschau zu halten und alles zu bewerten, was einen so den ganzen Tag zurückhält oder wofür man den ganzen Tag kämpfen möchte. Schau nach, ob es was Reales ist oder ob du den Weg deines Herzens verlassen hast und für etwas kämpfst, was dir deine Ängste sagen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und bis morgen! Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und bis morgen!